Ein Sozialkundelehrer ist für den Unterricht in Staatsbürgerkunde an weiterführenden Schulen zuständig. Denken Sie an politische und soziologische Themen, die alle betreffen. Andere Fächer und Disziplinen, die nicht von den Sozialwissenschaften getrennt werden können, sind Recht, Wirtschaft und Geschichte. Die genauen Themen, die ein Sozialkundelehrer behandeln wird, können je nach Schuljahr variieren, aber im Allgemeinen wird es viel Aufmerksamkeit für aktuelle Ereignisse wie Wahlen, humanitäre Katastrophen oder Umweltthemen geben. In den meisten Fällen wird ein Sozialkundelehrer versuchen, den Stoff mit möglichen aktuellen Ereignissen in Einklang zu bringen, um den Unterricht besonders interessant zu gestalten. Es ist Aufgabe des Sozialkundelehrers, diese Themen in Unterrichtsmaterialien für die Schüler umzusetzen. Sozialkunde kann nun auch unter dem Namen Karriere und Staatsbürgerschaft stattfinden, je nachdem, an welcher Schule ein Sozialkundelehrer unterrichtet. Sozialkunde sollte breit gesehen werden und kann kurz gesagt am einfachsten als Gesellschaft und alle gemeinsamen sozialen Probleme innerhalb der Gesellschaft beschrieben werden. Denken Sie zum Beispiel an Politik, Verkehrsprobleme, Drogenprobleme und Glaubenssätze. Um als Sozialkundelehrer interessant unterrichten zu können, ist es wichtig, dass die behandelten Themen die Schülerinnen und Schüler berühren. Dies ist einer der Hauptgründe, warum aktuelle Ereignisse ziemlich oft gewählt werden. Da sich Sozialkunde hauptsächlich um politische und soziologische Themen dreht, gibt es eigentlich automatisch Aktualität, weil diese beiden Themen immer aktuell sind. Das ändert nichts daran, dass auch anderen Themen wie der Geschichte Aufmerksamkeit geschenkt werden kann. Bei schwierigen oder sensiblen Themen kann es vorkommen, dass Studierende gar nicht einverstanden sind, was heftige Diskussionen unter den Studierenden auslösen kann. Bis zum nächsten Mal.